Jetzt wird's Mario Party mäßig. Mystery Beat. Füllen Sie die Pies aus. Ich glaube schon ein Fragezeichen. Ja, okay. Fragezeichen aus, um einen Rhythmus zu komponieren, dem... Wenn Sie einen Takt auslassen, geht der Punkt an die andere. Sample abspielen. A, B, X, Y. Toll. Super. Ist das jetzt einer gegen eine andere wie bei Mario Party oder was? Ich verstehe... Oh Gott, das wird... Ich verstehe es nicht. Ich habe ja auch Mario Party nie gespielt. Puh. Hä? Hä? Ach, ist schon nicht wahr. Ja, doch, ihr müsst meins nachspielen, glaube ich. Ach, Dreck. Warte, der hat es jetzt geschafft, oder? Ach, fuck, jetzt. Nein, das müssen wir dem sein. Fucking hell. So ein Scheiß, der gewinnt garantiert. Was, was? 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 Jetzt bist du wieder dran, ne? Ja. Meine Fresse, ernsthaft. Oh, komm, das ist fies. Oh, komm. Er hat es geschafft, was? Der Typ ist übermenschlich, ey. Nicht so gut. Ach, komm jetzt. Ja, zwölf Mal-Kombo. Bam. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Zen, aber der Typ geht mir das langsam auf den Geist. Der geht mir echt auf den Zeiger. Simple. Mö. Ja, guck doch. Er ist schon nicht schlecht, ja? Gah, der regt mich auf. Aber ich finde, solche Rhythmusspiele fand ich schon immer super doof. Auch wenn es solche Flash-Spiele waren oder so. Ich glaube, ja. Super doof, oder das ist doch wie Guitar Hero sowas. Ja, extrem bescheuert. Tragen Sie drei Fässchen der gleichen Farbe zu Ihrer Station, um das schönste Feuerwerk zu entzünden. Goldene Fässchen bringen Ihnen die höchste Punktzahl. Man kann wie immer Leute angreifen. Toll. Pyrotechnik. Oh, ein schöner Name. Boah. Hä? Ach so, da sind die Fässer. Oh, komm jetzt. Ach, komm. So bescheuert. Ist das hier Gold oder ist das deine Fässer? Wo sind überhaupt deine Fässer hin? Ich habe gar keine Fässer irgendwie, ne? Wieso habe ich jetzt zwölf? Egal. Hey, jetzt! Die Computerspieler sollen sich um dich kümmern. Ist ja schlimm. Irgendwie ist es bei diesem Spiel nicht sinnvoll, jemanden anzugreifen, ne? Aber die Computerspieler machen es trotzdem, das ist ja so das Harte. Hey, jetzt! Ja, aber wenn sie ein Fass haben, tun sie es nicht. Die greifen dich nur an, wenn du gerade ein Fass wegkriegst. Vor allem für mich ist es sinnlos, meine Fässer zu holen, weil die ganz hinten sind. Und bis ich bei mir bin, hat mich garantiert, wie ein Computerspieler angegriffen. Ich habe keine Fässer. Ja, das ist natürlich noch besser. Wieso hast du denn mehr Punkte als ich? Ich habe gar nicht mehr Punkte als du. Was? Doch, stimmt. Ach, scheiße. Die soll mich in Ruhe lassen. Wieso soll man denn hier Punkte kriegen, wenn man keine Fässer kriegt? Komm schon. Hey, die hat zum ersten Mal gewonnen, oder? Hast du schon wieder verloren? Dieser Freche. Meine Güte. Alter, ja, irgendwie. Ich würde es irgendwie beruhigen, dass, egal wer von uns beiden jetzt gewinnt, dass die Computerspieler sowieso immer besser sind als wir. Wiederholen Sie die Tatsache des DJs, indem Sie die entsprechenden Tasten drücken, wenn Sie den oberen Bildschirmrand erreichen. Der Rhythmus hilft Ihnen beim Timing. Benutzen Sie beide Daumen. Ja, genau wie vorhin also. Ja, ich benutze hier vier Finger. Das Vierfingerprinzip. Wow. Ja, dass Sie sich trotzdem abgelust haben. Guck mal, so machen wir es hier mit. Egal. Oh Gott, das ist jetzt so grauenhaft. Und vor allem wird der Typ Trossing gewinnen. Wow. Nicht so gut. Was für ein Scheiß. Ich bin der Beste. Die Konzentration hier im Raum, man kann sie richtig spüren. Ja, also ich kann hierbei jetzt wirklich nicht sprechen. Möge jeder bitte entschuldigen, ich bin einfach zu mies und sowas. Das ist gar kein Problem, Sen. Das verzeih mir jedoch. Ja, wer es mir nicht verzeiht, der soll jetzt was sagen. Stille. War es zur Hölle, war es jetzt. Ah. 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 Scheiße. Warum wird es schneller? Warum wird es schneller? Sag dir, warum es schneller wird. Verdammt. Ich habe eine 32-fach Kombo. Lass mich in Ruhe. Ich nicht. Verdammt. Stark. Jetzt hast du mich rausgebracht, Sen. Nein, tut mir leid. Du hast mich rausgebracht, Sen. Ich bin nicht der Schlechteste. Ich bin nicht der Schlechteste. Scheiß, Dreck, was ist das denn? Ich fand es wenigstens besser als die andere Runde, wo wir alle irgendwas drücken mussten und die anderen nachmachen mussten. Die Runde fand ich besser, auch weil ich nie gewonnen habe. Aber das muss mal als Nebenssache. Ah, meine Fresse, ey. Ich fand das besser. Ich hoffe, es kommt nicht nochmal sowas. Oh, Mann, ernsthaft. Okay, vielleicht, wenn das Fusion Fantasy kommt, vielleicht kommt jetzt genau dieses Einsetspiel. Greifen sie sich Kugeln ihrer Farbe oder weiße, ja. Du hast recht, das ist tatsächlich genau das Spiel, das immer kommt, wenn man... Oh, Mann. Hauptsache ich aber am Ende. Alter. Meine Fresse, ernsthaft. Mhm. Aber immerhin an dieses Spiel können wir uns langsam gewöhnen hier, oder? Ich meine... Was? Vielleicht auch nicht. Wieso ist das jetzt so in der Arena? Die ist doch cool. Und wieso... Ach, der Samson ringt mich auf. Zwei. Wieso? Oh, lass mich in Ruhe. Welche sind jetzt die Felder? Da hinten nur eins, ne? Achso. Ach nee, es ist in der Mitte geht auch. Okay, gut zu wissen. Ja, genau. Lasst mich alle in Ruhe. Yay. Okay, das ist eigentlich ein ganz... Also die Arena ist eigentlich cooler. Oh, das... Oh, das bin ich. Shit. Ich dachte, was denn... Wer ist der Assi, der da rumläuft? Aber fand ich das. Ja, Samson, wer ist das bloß? Was? Boah, die gibt's doch nicht. Yay, 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 yay. Ja, verdammt. Na, ha, 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 ha. Boah, als ob du das verdient hättest, du. Ja. Klar hab ich das verdient. Was, du Hölle? Boah. Boah. Echt? Fuck. Ja. Geil. Ja. Wieder am wenigsten Punkt, das gibt's doch nicht. Oh, ist doch schön. Yes. Ha ha! Ha 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 ha!